Halli hallo und herzlich Willkommen zu Dead by Daylight. Acht Minuten später, das heißt dumm. Ich habe mir das jetzt ein paar Minuten oder Sekunden übrig gelassen, um die Spannung aufzubauen. Aber kurz vor mir liegt es so, soll ich? Ich habe schon gewusst, dass ich sie machen muss. Achso, das hat man schon beim ersten Mal, boah. Beim ersten Mal muss ich mir überlegen, ist es Dead by Daylight oder Dead Island? Dead Island. Apropos, man kommt wieder in Dead Island, Tobi. Wir haben Dead Island durch. Dead Island ist fertig. Wir müssen erst mit dem zweiten weitermachen, aber das wird wohl erst nach der Games kommen, wenn es früher wieder aus dem Urlaub ist und so. Achso. Er ist der Geist. Ja. Wir haben seine Glockenleuten gehört. Julia hat zum ersten Mal Glockenleuten gehört. Keine Angst, ich zeig dir auch gleich meinen großen... Noooo! Pfui! 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 Bitte nicht! Nein! Pfui! Nein, Doktor! Ihr habt doch gesagt, ich zeig dir meinen großen Attenknüppel! Na! Pfui! Doch, doch, doch! Nein! Kaum ist eine Frau dabei, schon denken alle nur an großen. Bitte was? Bitte wie? Er redet lauter! Er redet einfach von sich hin, irgendwas! Das Problem ist, ich hör jetzt auch zu! Also, es ist ein bisschen schwer bei dir gerade zuzuhören, tut mir leid. Was tust du? Was tust du? Wie immer! Mein Spiel hat sich verabschiedet. Nein! Oh, ne! Echt jetzt? Es... Es... Es will heute nicht, ne? Schlagte fester! Ah! Oh, nein! Äh, warte! Doktor, du Sack! Nö, Juli rette ich nicht! Oh, ho, ho, ho! Ich rette dich nie wieder! Oh, ho, ho, ho! Aber ich wollte dir doch meinen großen Arten zeigen, Mann! Nööööööööööö! Das hört sich so falsch an. Entschuldigung, meinen großen Hatten zu zeigen. Oh nein. Hä, warum macht ihr denn nichts? Ach so, okay. Du wurdest gerade nicht geschlagen. Nein, 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 das war nicht das Problem. Ich dachte, du rettest mich nicht. Oh, oh, okay. Habe auch eine Bar mit Österreicher. Ich sage jetzt einfach, das war Absicht. Ich musste den Doktor einfach nur weglenken. Oder ich habe einfach auf die Leertaste gedrückt, statt M1. Haha, und verfehlt. Sonst in Aktion, das ist nun mal Leertaste. Warum ist das denn jetzt wirklich M1, um jemanden zu retten? Julia! Julia! Was? Der Hammer! Julia! Julia! Der Hammer! Ihr müsst auch was immer mit der Doktor der Näh ist, schlägt seine Wincherrute aus. Schaffer nicht. Julia! Was? Was? Rennmädchen. Renn. 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 da der Fick dich Prozent Prozent zweimal Jungs da immer mit der Kauten gespielt ich sehe meine Säte ist Du siehst mich? Ja. Und du mich nicht, du Blindfisch. Das mag sein. Ja, du schaust. Doktor, du bist so blind. Mach den fertig, hör doch auf. Das geht bei dem... Ja, wenn er im Sturz zieht. Ja, super. Du bist so ein Chili, Alter. Du bist so ein Chili. Doktor... Der Renk hat nie hinterher. Lass den Käse. Das ist so elender Tattoo. Du siehst mich. Ich sitze mal neben ihm rum und dann macht er sowas hier. Oh nein! Oh! Da unten durch! Da unten durch! Scheiße! Scheiße! Ich wollte da unten durch! Warum ist Julia eigentlich so ruhig? Weil die Generatoren macht. Fertig! Und weg bin ich! Oh, Julia! Und weg bin ich! Oh! Ich hab' vielleicht am Fluchtweg in... War vielleicht nicht so gut. Oh ja, das macht zu gut! Oh nein! Oh nein! Sag doch der... Oh! Oh! Ich fieh' die ganze Zeit lang! Mach's so gut! Oh! Wo war denn der jetzt? Ach da! Oh! Da ist er! Ach da war die Scheißdinge, die ich gesucht hab! Mann! Bist du schon mal gehangen? Nein! Nein! Ich bin noch relativ frisch! Hm, naja! Nicht gut! Liegt im Auge des Betrachters! Ich hab' so ne Scheiß Holzpalette gesucht zum Umwerfen, aber ich... bin dann bald schon ausgegangen wieder rausgerannt! Dein Tobi hing an Haken ganz still und... Ruhig! Danke! Was?! Nein! Leck mich doch! Alter! Warum?! Hahaha! Jetzt weißt du wie's mir geht! Das war knapp, mein Freund! Dafür bin ich bekannt! Weil dir ist es immer knapp! Dafür bist du bekannt! Oh oh! Alter, die Spannung! Das ist nicht so gut! Oh! Nein! Ich lach nie! Warte! Oh! Leck mich! Ich wusste nicht, ob es der Killer ist oder ein Überlebender! Trotzdem renn, Mann! Bin ich doch! Ich wollte da durch! Da kann man ne Abkürzung machen! Die hab' ich grad voll entdeckt! Die kann der Killer nicht nehmen! Man kann beim hinteren zweiten... Ah, ich bin tot! Bei diesem zweiten Bus kann man hinten durchs Fenster hüpfen! Oh! Ich hab' einen Überlegungskampf! Oh! Alter! Was?! Was?! Ey! So viel Glück muss man erstmal haben! Oder auch nicht! Na, Tobi, streng dich jetzt mal an hier! Zwei Generatoren noch! Ich hab' dann das jetzt gemacht, ey! Keine Ahnung! Wer hat was gemacht? Hä? Chili Chili Chili! Was?! Ich bin... vollkommen raus! Ja! Was?! Oh Gott! Nein, tu das nicht! Nicht die beste Spielerin! Nimm Chili! Chili hat dich grad dreimal gerettet! Ja, das ist dir bewusst! Zweimal! Zweimal! Ja! Um wollen zu sein! Dreimal wär' irgendwie göttlich! Weil dann welche zum dritten Mal am Haken hangeln hättest du überlegt! Oh nein, oh nein, oh nein! Oh! Hallo Chili! Oh du Arsch! Oh nein! Oh! Nicht selbst mit fein! Nicht selbst mit fein! Oh du Feiner! Oh! Du Arsch! Oh! Nein! Oh Tobi! Was machst du? Ich hab' sie gerettet! Ich hab' sie gerettet! Ich hab' sie gerettet! Na toll und ich lieg' wie so'n Hund! Bleib' da liegen! Bleib' da liegen! Jetzt bin ich tot! Doktor! Nein! 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 Er schafft es nicht! Er schafft es nicht! Arsch! Okay! Also bitte hier! Hä? Du hast mich bei mir immer noch auf dem Arm! Wickel weiter, Mann! Ja mach' ich doch! Hä? Ja mach' ich doch! Hä? Wir müssen mal gucken, wo der nächste Haken ist! Ah! Nein! Nein! Ja gut! Jetzt ist... Time to say good bye! Nein! Ich muss jetzt so... Ja komm! Einfacher Sieg geht's nicht! Ist kein Haken in der Nähe? Doch! Genug! Das ist das Problem! Ich dachte an ihr lacht! Geh' lass' sie fein! Geh' lass' sie fein! Hab' nur zu... so weit um die Wecke gelunzt! Ja! Ihr habt mir hier alle Haken weggelungen! Chillig! Auf! Komm mit! Wir gehen zur Luke! Ihr habt doch keine Luke! Einer von uns beiden stirbt zuerst! Hm? Wahrscheinlich du! Gehst du weg! Ich geh' zur Luke! Ne ne ne! Asch! Du Asch! Na! Hey! Das ist mal so gar nicht fair! Bleibst du da du Hund? Tilly! Zu Luke! Ich renne! Ja! Ich bin gleich da! Du Hund! Doktor! Ja! Ja! Klar wissen wir das! Nein! Tilly! Warum? Ich bin raus! Na du Hund! Dann bleib' ich einfach bei Tilly! Der Walker kann nicht entkommen! Doch doch! Ich geh' zur Luke! Er stirbt vor mir! Guck' mal seinen Blutverlust an! Oh ja! Stimmt! Ich steh' vor dir! Ich steh' vor dir! Ich steh' jetzt zum Ernst! Ja! Ich bin echt gespannt, ob Tobi die Luke befindet! Du bist der Doktor für den! Lauf! Uh! Wart mir ist ab! Ich hab' keine ahnung wo die Luke ist! Ooh! おっ, äh! OHS! Ohh! What?! We... vienen die Lachen! Ohohohohohohoho! Haha!!! Heh heh! ''nem vongewickelt!'' Ja! Hab'n doch keine ahnung wo die scheiß Luke ist! Ja, sag ich doch. Nein, Tobi. Warum? War ein Versuch wert. Dann gehe ich ja doch zur Lunge. War ein guter Versuch wert, Jungs. Du? Wir krabbeln. Na, kommt schon. Ja, mach du doch mal was, du Penner. Es ist mies. Es ist mies. Ist da nicht ein Haken da unten in deinem Haus? Ja, klar. Hallo, Julia. Willst du, dass wir sterben oder was? Du kannst sagen, ist da nicht ein Haken in deinem Haus? Oh, oh, oh. Ich habe nur gefragt. Ja, beim Doktor dauert eine Folge nur eine Mal. Doktor, darf du auch mal klar sein. Geh doch zum Chili. Nein. Chili ist gleich tot. Ja, ja. Aber du kannst herkommen und den Geist please, komm her, du. Irgendwo hier ist doch die Luke immer gewesen. Nee, ich bin tot. Nee, ist immer woanders. Falsches Haus. Doktor, guck mal nach einer Luke. Nö, kein Bock. Nö, ja. Nö, ja. Nö, ja, ne. Ja, noch ein bisschen. Du schaffst es. Das war das falsche Haus. Ein bisschen noch. Das ist immer ein für die zwei Häuser. Na, komm schon. Ein bisschen noch. Du hast es gleich. Du hast es gleich. Ja, komm, na, komm, na, komm, nur noch ein paar Zentimeter. Ja, ja, ja. Ich habe schon sucht. Dün war es. Ja. Ja, ja. Und ein bisschen traurig. Ja, es ist traurig, dass Tech immer rausfliegt. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall. Ist der überhaupt noch da? Hallo? Tech? Nein, der hat das Mikrofon genotet. Okay. Okay. Soll man ihn noch einladen oder machen wir so eine Runde? Lade mal ruhig ein, zieh das dann. Okay. Ich brauche auch zweimal Julia drin. Ja, dazu füß ich habe weh. Ich bin bei mir zweimal drin. Ich brauche Schlaf. Spruchschlaf. Ich bin gut. Oh. Selbstschuldigung, wenn du nicht schlafen willst. Nee, ich fühle mich nicht. Wir sind sofort, wir könnten auch testen, auch mehr online spielen können sofort. Können wir mal noch lange lang? Ja, warum nicht? Probier mal mal. Es war so schön ohne Julia MTS. Aber wir waren das letzte Mal auch zu, nee, waren zum 5. Nee, waren zu 5. Wir waren zu 5. Nee, waren zu 5. Ääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää aattelöö besprechen, was machen wir jetzt? Wir machen Überleben mit Freunden. Überleben mit Freunden. Überleben mitzahlen. aber einfach mal dran vielleicht klappt das ja und ich lasse mal meine aufnahme läuft auch keine spiele gefunden noch mal wir probieren das jetzt ja schon wieder so an okay oder die großen killer da muss es wurden kieler sein der na nö nun hier wenn irgendwo einer hinwill ein bisschen Pro und bitte 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 das erste Mal bitte 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 dann spielt er auch wieder Geist Prozent Prozent war ein aber ich will beginnen 54 50 ja mal probieren sie hat kein Kippen in der Zeitung ab und in die Ostern gefordert ab ich höre ich höre ich wünschen und ja ich habe es auch aber im Anfang die Frage wird damit zu fünf werden und ein wir würden draußen zu können spielen die man spielt sein Kinder kommen mit den automatischen dieselbe lobby keine ahnung ich weiß nicht wie es funktioniert ja nicht ich hab das weiß keiner wissen nicht mal die entwickler die frage ist ja funktioniert es überhaupt immer gleich gespannt ja ein sehr geiler bildschirm ja auch der lade ding geladen dieser hammer ladebildschirm da so einen schwarzen bildschirm und ob es ein kleines ding was dann durchtickert der neue teile wo ich noch nicht die ssd eingebaut habe habe ich sehr lange diesen bildschirm betrachten können und musste das immer rausschneiden dachte ich wird kürre hallo spiel und geladen wahrscheinlich braucht der killer bloß ewig lalala 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 doch komm einmal 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 dann verlierst du vielleicht in verscheid egal ich habe bis jetzt noch nicht die glocken gehört ich auch nicht das ist gut jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt wie sonst weil ich hier wieder absolut nicht einschätzen kann okay 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 ich mache den generator der killer kann uns nicht hören also diesmal darfst du Achtung brüllen da ist der kettensägetyp na ha 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 nein Mann ist ja gut dann sei glücklich Achtung egal weiter für mich jemand mal beim Generator helfen bitte wir sind gerade an einem dran und Tobi hat das gerade mal ein bisschen vergeigt nach dem dritten mal und der ist gut fertig sauber b also irgendwie hat der killer ist nicht so raus was ja auch ganz gut so ist ja durchaus ja oh nein ich hab das beschissene dreckstaschen dabei hä hä ist raus ja ist raus boah echt jetzt aber wir kriegen die punkte ja wir kriegen punkte für nichts eigentlich ja ich kann wieder ein level aufsteigen ich hab 2.000 punkte ich hab 5.000 punkte geil hä bei mir hast du 500 ja haha oh man da ja okay vielleicht hat er gemerkt dass er nicht so gut ist ja dann würde ich sagen in der nächsten Folge der Feudel auf jeden Fall mal killen mhm wir werden jetzt wohl keine mehr aufnehmen weil wir um 7.00 wieder das nächste game aufnehmen werden mhm nee okay aber wir könnten gerne vielleicht einfach nochmal online jetzt gleich probieren einfach eine Sonderfolge zieh es mal durch ja die kann man dann wirklich bloß bei 20 minuten dann belassen gut leute vielen dank fürs zusehen hoffentlich bis zum nächsten mal bei death by daylight mach jetzt gut ciao ciao bis se ciao ciao bis zum nächsten Mal